Oh mein Kopf Wo bin ich denn? Hallo? Hallo John Ich habe meinen Text vergessen Hallo? WTF? Wo bin ich? Ist das dein Ernst? Scheiß, kannst du das irgendwie cutten oder so? Ja, lass doch mal, man, schon, trotzdem nochmal, boom WTF? WTF?! Was ist ihr? Oh, jungen Oh, fuck, wo bin ich denn? Hallo? Oh mein Gud Hallo John Du kennst mich nicht Aber ich kenne dich Ich habe dich die letzten Tage sehr oft beobachtet Du hast vielen Menschen Leid zugetan und heute wirst du zur Rechenschaft gezogen. Was wollen sie von mir? Deinen Tod vor dir liegen 5 Melonen. In einer dieser Melonen ist Tox... Mein Gott! Toxisches! In einem ist Toxisches Licht. Vor dir liegen 5 Melonen. In einem von denen ist Toxisches Gift drin. Doch du weißt nicht welche. Findest du die eine, die... Oh Gott, ich habe ihn. Hahahaha 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 Hahaha Wieso macht das alles für den Lachen von dir? Oh mein Gott Hahaha Ich hab wohl so einen Krik, krik, krik Hahaha Hahaha Oh shit Ich habe so viel Luft geschluckt, das glaubst du gar nicht. Oh Louis, ich kann nicht mehr. Ich glaub das reicht so, mehr schaff ich für diese Szene einfach nicht. Jetzt bin ich hier drin. Ich will in Schwäche mit dir spielen. Was ist 3x7? Sechs. Falsch. Ist nur sechs falsch.